Und damit seid gerüst, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Älterum zu einem neuen Adventskanal-Natürlichen mit dem Zwergenfürst. Heute zu einem kleinen Gewinnspiel. Ja, Weihnachten ist auch die Zeit des Schenkens und des Geschenkebekommens. Und ja, vor allem die Zeit der Geschenke an sich. Und ja, hier habe ich so eine wunderschöne Weihnachtsmütze. Darunter befinden sich drei schöne kleine Sachen, die ich da gleich mal aus dem Hut zaubern werde. Also aus der Mütze. Kann man schon ein bisschen hören. Es raschelt so ein bisschen. Ja, ich würde mal sagen, ich spiele mal kurz das Intro ein, das wunderschöne Adventskanal-Intro. Und dann geht es weiter. Ich enthülle es mal. Unter diesem Hut, unter dieser Mütze, befinden sich drei DVDs. Einmal hier, The Lego Batman Movie. Einmal den Film BFG, The Big Friendly Giant. Der kam letztes Jahr im Kino, 2016. Der kam übrigens 2017 ins Kino. Und der dritte Film wäre einmal der Film Interstellar. Ein Film, wenn ich nicht richtig lese, aus dem Jahre 2015. Passt der schön hier. 2015, 2016, 2017. Sehr gut passend gemacht. Ja. Ihr könnt heute auf YouTube hier auf diesem Kanal eines dieser Filme gewinnen. Und zwar den hier. The Lego Batman Movie. Den könnt ihr heute hier auf YouTube gewinnen. Die anderen, dazu komme ich gleich noch. Die werden auch verlost. Bloß nicht hier auf YouTube. Ja. Erstmal zu dem hier. Was müsst ihr machen, um The Lego Batman Movie auf DVD zu bekommen. Ihr müsst, um am Gewinnspiel teilzunehmen. So entspricht es den Richtlinien von deutschen Gewinnspielen und so weiter. Und auch auf YouTube den Richtlinien will man sich ja dran halten. Und das soll ja auch so sein. Es soll ja auch so sein. Über 18 Jahre alt sein, da in Deutschland das Gewinnspiel erst ab 18 ist. Die und Verwandte sind bei diesem Gewinnspiel leider ausgeschlossen. Auch eine Gewinnspielregel, an die man sich halten muss. Das heißt, bist du in einem näheren Verwandtenkreis mit mir, also Cousine, Cousin, Oma, Opa, Tante, Onkel, Schwester, Vater, Mutter, bist du automatisch raus und hast keine Chance zu gewinnen. Da bist du leider, es tut mir leid, schon mal für das hier raus. Ich muss es auch noch mit dazu sagen, weil es muss gesagt werden, es steht alles nochmal notfalls in der Videobeschreibung drin. Da könnt ihr auch nochmal nachlesen, was da alles gilt und was da alles gemacht werden muss. Ganz haargenau nochmal geschrieben in der Videobeschreibung. Eine Bar-Auszahlung des Gewinns, also eine Auszahlung des Preises von dieser DVD, ist nicht gestattet. Also ihr könnt euch nicht den Geldpreis für die DVD anstelle der Ware auszahlen lassen. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Das übliche Blabla von Gewinnspielen ist aber einmal ansagenswert und muss gesagt werden. Und dann kommen wir zum Spannenden, zum Richtig Schönen dieses Gewinnspiels. Was müsst ihr tun, um das hier zu gewinnen? Ihr müsst in die Kommentare unter diesem Video, in die Kommentarsektion, einen Kommentar schreiben. Welchen Film oder welchem Franchise wünscht ihr eine Lego-Verfilmung? Welches Franchise möchtet ihr als Lego-Movie sehen? Es gab schon The Lego-Movie. The Lego-Batman-Movie kam jetzt raus 2017, Anfang 2017. Jetzt kam The Lego-Ninja-Go-Movie in die Kinos. Welches wird der nächste Kinofilm Lego sein? Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr euch dahingehend wünscht. Jeder Kommentar in diese Richtung kann diese DVD hier auf YouTube gewinnen. Eine Bitte noch an jeden Kommentarschreiber, bitte auch einen wenig längeren Kommentar zu schreiben. Ich möchte etwas lesen, also nicht sehr kurz halten, sondern lieber mehrere Texte schreiben, damit ich es für die kommenden Tage zum Durchlesen habe. Um dieses DVD zu gewinnen, musst du außerdem noch ein sichtbarer Abonnent sein. Das heißt, du musst auf deinem YouTube-Kanal aktiviert haben, dass deine Abonnements sichtbar angezeigt sind. Und du musst natürlich Abonnent meines Kanals sein, weil nur so kann ich dir dann die Antwort zukommen lassen, dass du gewonnen hast und deinen Gewinn zukommen lassen. Das muss dann im Nachhinein passieren. Du musst mir dann deine Adresse, deine Postadresse zusenden, damit ich es dir halt auf dem Postweg zukommen lassen kann. Und wenn du 18 Jahre alt sein solltest, die Genehmigung und die Einverständnisabklärung deiner Eltern, dass du halt daran teilnehmen konntest, bei FSK 18 Gewinnspiele in Deutschland. Und ja, ihr versteht's. Endende Schluss ist der 18.12.2017 um 18 Uhr. Bis dahin könnt ihr ordentlich in die Kommentare klatschen und schreiben, welches Franchise ihr für einen Lego-Film haben wollt. Um 18 Uhr wird von mir ein Kommentar ausgewählt. Ganz wichtig, es wird von mir ein Kommentar ausgewählt. Es wird nicht per Zufallsverlosung ausgesucht. Der kreativste Teilnehmer gewinnt. Für manche scheint das ein bisschen unfair zu sein, aber ich werde es objektiv betrachten und werde mir einen Gewinner da rauspicken. Und ja, das heißt aber auch, ihr habt bessere Chancen zu gewinnen, wenn ihr einen langen und schönen Kommentar schreibt. Und soviel dazu. Auf den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook werde ich noch heute einen kleinen Post rausbringen, in dem ich auf Instagram diese DVD verlose. Ich werde Facebook diese DVD verlosen, dazu dann dort auf den sozialen Netzwerken noch genauere Informationen. Hier auf YouTube könnt ihr erstmal nur diese DVD gewinnen, die anderen zwei hier verlose ich auf den eben genannten sozialen Medien. Wir sehen uns dort. Wenn ihr hier nicht unbedingt für dieses Teil euch interessiert, guckt vielleicht mal auf Facebook oder auf Instagram vorbei, auf meinen Accounts. Da gibt es auch noch was zu gewinnen heute. Also, ja, daum nicht nach oben, sodass euch dieses Video gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr gewinnen wollt. Ja, nein, Spaß. Also, ihr müsst nicht abonnieren, nur um zu gewinnen. Also, das soll nicht wirklich der Sinn der Sache sein. Ich meine, ich meine ja nur, es ist notwendig, um euch auf YouTube eine Benachrichtigung zu schreiben, dass ihr gewonnen habt. Also, im ideales Fall seid ihr schon Abonnenten und da stört das dann nicht mehr ganz so viel. Da müsst ihr es nur noch aktivieren, dass ich es auch sehen kann, dass es dann sichtbar ist. Fragt dazu auch eure Eltern, die können das bestimmt irgendwie dann einrichten, dass das auch sichtbar ist. Das Abonnement. Und, ja, dann steht's demnächst mehr im Wege. Wir sehen uns auf Instagram und auf Facebook wieder. Ja, und, ja, haut ihr Rinne. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.